so ich hoffe man hört mich gut okay dann schauen wir mal trotzdem wer angesagt ich sollte nicht darauf gucken okay meine stimme konnte ich zumindest auch schon mal vernehmen jetzt muss ich nur wissen ob wir auch das andere hören oder ob man es hört und hallo miss strange erstmal ein bisschen drehen hier gott sind wir voll auf der welle okay damit können wir ja wir können immer noch munde machen jetzt aber erstmal nicht auf jeden fall hallo miss strange und willkommen zum mario stream ich benötige noch acht munde ich kann in den ballon einspringen gut dass ich das gemacht habe ich hatte schon ich möchte aber nicht da rein ich möchte hier rein ach man muss ich gucken jetzt kommt man da nicht so einfach rein so unfair so ich meine es könnte ja sein dass ich hier was vergessen habe aber wie es aussieht nicht so also ich kriege so einen komischen vogeltypi da rüber ich dachte gerade schon was ist jetzt los so frau pfirsich muss gerettet werden und wir müssen jetzt erstmal gucken wo frau pfirsich überhaupt ist ok das haben wir schon haben wir hier alle schon ich glaube hier haben wir alle schon ich teleportiere mich mal gleich mal ein bisschen aber da da gibt es noch was gleich mal weiter teleportieren hoffentlich frischen die auch meine kp auf nee tun sie nicht und wo ist da was da oben natürlich habe ich es versammelt zu spät alles ich wusste dass ich es nicht schaffe aber ich brauche noch 9999 das ist auch sehr nett und und zack ja jetzt wir müssen irgendwie da hoch kommen Wie kommt man da hoch? Ich wollte da nicht rein, aber da hoch muss ich irgendwie. Das heißt, ich muss irgendwo... Okay. Nee, ich glaube, ich habe mal von jemandem gehört, Moment, dass man für diese 9999 irgendwas kaufen muss am Ende, um alle Monde zu kriegen. Aber ich bin mir nicht sicher, was man braucht. Und was mich noch mehr irritiert ist, wie komme ich da hoch? Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Aber, oh, da hinten ist was. Das könnte ich holen. Wenn wir schon mal dabei sind. Da sind ein paar Spatzen. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Ach. Da schau an. So, da gibt es ein paar von den Dingern. Puh. Also, ich glaube, es geht... Vielleicht geht es auch mit diesen Dingern, die man kaufen musste. Aber ich frage mich, wie kommt man da hoch? Ich meine... Hier kommen wir nicht hoch. Oder? Nee, das ist Stahl. Auch Stahl. Auch Stahl. Noch mehr Stahl. Wird nicht weniger Stahl. Oh. Ah. Ich hab's entdeckt. Ah. Ich hab's entdeckt. Ah. Das war einfacher, als ich erwartet hab. Beziehungsweise, das hätten wir schon vorher machen können, beim letzten Mal. Zeitwärts auf das Festungstor. Okay. Äh. Wo soll's noch einen geben? Das hatten wir gar nicht. Hatten wir noch irgendwelche? Ach. Verdammt. Äh. Hatten wir noch irgendwelche? Hier? Oh. Es gibt noch so viele. Da. An der Spitze des rotierenden Turms. Welcher Turm rotiert? Der rotiert nicht. Der auch nicht. So. Geh nochmal da rüber. So. Wobei ich nehm an, ganz am Ende das Ding rotiert doch. Okay. Oßenhof Rückseite. Hier sind so viele Sachen zum reinstechen. Also. Dieses. Dieses Zeug. Ups. Und im Endeffekt ist hier gar nichts. Keiner von diesen Piepmetzen überhaupt. Oder? Oder war hier einer von den Piepmetzen versteckt? Äh. Ne. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Nein. Was war denn das jetzt? Das war keine gute Idee. Aber ich glaube da gibt es auch nichts mehr. Okay. Äh. Mal gucken. Wo müssten wir noch hin? mal gucken. Also. Rotieren Turmarena der Entscheidung. Da. Am Fuß des Turms. Ne. Klassiker. Wenn's nicht Lava ist, dann muss es, ähm. Das andere sein. moment am fuße des turms steht hier das heißt hier oben aber das ist doch kein rotierender turm wo rotiert das hier das einzig rotierende ist hier das da hier geht irgendwas ab hier 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 Okay, hier ist eine Tür, es ist an der Spitze Schatzkammer in Bowsers Festung, okay. Ja, das gibt ein bisschen Gold, mindestens so 400, Klassiker. Okay, ich habe mich selbst in die Lava geworfen, ich glaube, ich weiß jetzt wie das hier abläuft. So, gut. Man sollte auch die Augen aufmachen, aber mein Punkt... Ich muss irgendwie da drüben hin. Also, irgendwie muss es funktionieren. So. Oh, die ist ja mehr oder weniger. Wohoho, das war knapp. So. Was ist denn eine Knolle für? Ach, da ist der rotierende Turm. Okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe. So, jetzt habe ich es verstanden. Irgendwo hier gibt es aber nochmal einen. Ich sehe allein schon das Schlüsselloch hier. Da muss es irgendwo an den Turm auch einen Schlüssel geben. Aber wo? Ah, da kannst du hin, da ist was. Okay. Okay. Da dachte ich mir doch... Mm-hmm. Whew. das war interessant interessante sprungpassagen perfekt gemeistert würde ich mir sagen und jetzt gucken wir was das hier bringt na endlich da kommen die wolken es gibt sogar rücken beim 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 bau so na gut sieht man im hintergrund sehr stark nein man muss natürlich auch springen ich dachte mir so ich muss eigentlich nur ich muss eigentlich nur nur drücken aber hab dann hab dann natürlich vergessen dass ich trotzdem weiter springen drücken muss so gut ich hasse solche rennpassagen habe ich das schon mal erwähnt ok natürlich habe ich das nicht hinbekommen zu früh eingewogen